Willkommen zu einer neuen Folge von Olaf Challenges. Janis hat geschrieben, nächstes Mal bitte nur mit Barretta-Kills machen. Quieter HD hat geschrieben, mit Controller. Ganz auf dem Sprichwort, besser Arm dran als Arm ab. Du Hurensohn. Office. Das wird richtig scheiße, Alter. Wo ist dein Schalldämpfer, Alter? Hallo Team. Hallo da. Oh, ich pass hier auf, Leute. Oh, was? Das fliegt ja mal geil. Ah. Oh. Du Hurensohn. Oh. 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 Da, Pizza. Sollte mein Gehörn anschalten, bevor ich rede. Wer braucht was? Wer braucht was? Danke. Ich sollte mein Gehörn anschalten, bevor ich sie gehe. Ich versorge hier jeden Alter. Ich bin die Frau bei der Bundeswehr. Controller kann ich jetzt spielen, ist zu mir leid. Ich hab's jetzt eingestellt. Ich dachte, man könnte es einfach anschließen und los spielen. Aber... Jetzt könnt ihr dieses Video noch mal neue Challenges schreiben, die ich machen soll. Und direkt am Endcontroller verbinden. Oh... 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 Wenn das hier weiter so geht, dann muss ich mal die Geschütze rausfahren. Also jetzt mein Mann. Komm. Mach ich mal mit. Oh... Du warst zum Fick. War das jetzt gerade? Nein. Nein. Ich danke euch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi. Enein... Ja. Ach. Mach ich mich nicht mehr.